Es kommt ein Sturm, dann ein Sturm, auch Fahrzeug. Der Grund, weswegen das erste Video so lang geworden ist, war, weil ich lang drüber geredet habe, wo das Ding Funktionen hätte. Ich glaube, ich lasse das aber weg, bzw. mache daraus dann eher ein zweites Video, wo ich darüber noch sinniere. Ja, ich glaube, das ist die Idee. Erst mache ich das Vorstellungsvideo und dann das Ideenvideo. Heißt, für die Drake Mule wird es zwei Videos in dieser Playlist geben. Tada! Gut, Problem gelöst. Die Drake Mule ist ein Frachttransporter. Ein Transport... ein Frachttransport... Fahrzeug? Okay, Fokustransport steht auch drin. Also ja, Frachttransportfahrzeug, dessen Aufgabe es ist, bis zu zwei 1-SU-Kisten von A nach B transportieren zu können. Es ist kein Gabelstapler, das heißt, die Aufgabe ist, nicht Kisten zu stapeln, sondern effektiv nur diese Kisten von einem Ort zum anderen zu bewegen, wo sie dann mit anderen Möglichkeiten effektiv zu ihrem endgültigen Bestämmungsort geführt werden können. Also zum Beispiel, wir fahren mit dem Ding zu einem Kistenlager, wo wir die Kisten gekauft haben. Fahren diese Kisten zu unserem Raumschiff, stellen die vor das Raumschiff ab oder hinter das Raumschiff, wenn die Frachtluke hinter einem Raumschiff ist. Und dann würden diese Kisten mit dem Traktorstrahler, potenziell mit dem hoffentlich bald auch, hoffentlich mit 3.18, wo die physikalische Fracht dann kommt, auch mit ins Spiel kommenden, zweihändig geführten Traktorstrahler, dem mobilen, dass der stark genug ist, um diese SU-Kisten zu bewegen, der, das Multitool ist es ja nicht, aber hoffen wir, dass dem wird dann stark genug sein, dann nimmt man mit diesem Traktorstrahler die Kisten und platziert die im Schiff und so kann man sie dann auch stapeln. Aber die Mule ist nur dafür da, die Kisten zum Schiff zu bringen. Und vielleicht die ersten auch rein, aber ja. Ähm. Das ist das Aufgabengebiet des Schiffs. Dazu kann man dann noch kleinere Kisten, hier die kleinen Handkisten mitnehmen. Was aktuell fürs Looten von zum Beispiel Bunkern und so weiter hilfreich ist, oder den Caterpillar-Wracks. Und später dann halt auch die Optionen liefert, neben den großen Kisten, auch noch kleinere Kisten, wo man so Getränke und Lebensmittel noch so drin hat, auch gleich noch mitnehmen zu können. Wenn man das als Schiff beläht. Ja, ihr meldet schon. Grundgedanken. Also. Kommen wir zu den grundlegenspezifikationen. Wir haben keine Waffen an Bord. Was bei CRG tatsächlich relativ selten der Fall ist. Wir haben alles Vehicle-Size, äh, Systeme, Komponenten. Also ein Computer, ein Radar, ein Cooler, ein Kühler, ein Powerplant, alles Size-Vehikel. Äh, sonst noch mal nichts Besonderes. Was mich ein bisschen irritiert, ist das Gewicht von 7,5 Tonnen. Also das Ding ist echt schwer. Ich meine, hey, das Ding ist nicht groß, okay? Aber trotzdem sind wir halb Tonnen. Erstaunlich. Und ansonsten der Preis aktuell bei 40 Dollar. Eine Person. Und das war's dann auch schon mit den technischen Daten. So, dann bewege ich das Ding mal ein bisschen nach vorn. Hier geht's auf. Wir sehen hier eine Rampe. Das ist geht zu. Oder auf. So. Dann geht das Ding relativ langsam zu, leider. Kommen wir uns direkt das Innenleben mal an. Wir haben zwei MFDs und ein 2D-Radar. Wir sehen hier mein Schiff und den Cyclone. Da drüben ist der Cyclone. Ich hab die Star Runner extra dafür aufgebaut, dass man eben zu dritt, das ist ein Drei-Mann-Schiff, zum Beispiel die Wracks ausnehmen kann oder Bunker-Missionen machen kann. Das heißt, das Schiff fliegt hin, landet mit drei Personen, also Vollbestückung. Einer fährt mit der Mule. Zwei fahren mit dem Cyclone zum Wrack und so weiter. Damit jeder fahren kann. Damit kann der Loot in die Mule geladen werden. Und damit nicht einfach nur einer fährt und zwei laufen, habe ich noch eine Cyclone drin, damit eben die anderen beiden ihr Fahrzeug haben. So können alle drei mitgehen, mitfahren. Gut. Innen drin sieht es mal wieder extrem detailliert und geil aus. Ich meine, wir können hier auch den Zettel mal wieder lesen. Und hier drüben ist er nicht um 180 Grad gedreht worden. Hier hinten scheint so ein Ventilator zu sein und hier vorne, das fand ich auch geil. Warum? Warum sieht das Ding hier aus wie ein Ventilator? Und wo sind die Ventilator-Lamellen? Der Lüfter, wo ist der? Das sieht so geil aus. Ja, dann haben wir hier oben ein paar Knöpfe. Power Off, Engine On Off, Türen, Exizid, Open Door. Okay, wir haben kein Open Door, ne? Ah, hier, okay, hier ist Rear. Hier haben wir Front, hier gehen die Zangen auf und zu. Und Rear, da würde eigentlich noch der hintere Ding aufgehen. Das zeige ich gleich. Jetzt fahren wir, ups, fahren wir ein paar Meter vor, damit wir Zugriff auf Alts haben. Was natürlich geil ist, das Ding kann sich auf der Stelle drehen. Das macht es natürlich unglaublich wendig draußen und auch hier innen drin vielseitig einsitzbar. Eben hier, das Parken. Es ist scheißegal, du musst nur irgendwie reinkommen, den Rest kannst du ausmanövrieren. Das ist unglaublich geil an dem Ding. Eben hier, ich stehe jetzt genau vor der Rampe. Hier würde kein einziges Fahrzeug mehr rauskommen. Das Ding hier, okay, 90 Grad, einfach eindrehen, rausfahren, leck mich. Oder rein, man fährt hier rein, 90 Grad eindrehen und wegparken. So eine Funktionalität würde ich mir ganz sicher häufiger wünschen. Gut. Fangen wir auf dieser Seite an. Oder ne, fangen wir erstmal vorne an. Vorne haben wir den Knopf zum Öffnen der Kabine. Die Kabine ist übrigens druckverschlossen. Also hier, das Ding hat auch ein Lebenserhaltungssystem. Also man friert nicht, wird nicht zu heiß. Also das ist... Ah, warte mal. Warte mal. Oh. Okay, ich habe potenziell etwas herausgefunden gerade. Das wäre tatsächlich möglich. Das Ding ist, wenn man damit fährt, man hört Batterien laufen. Das Ding hat kein Motorengeräusch. Null. Nada. Also, ich gehe davon aus, dieses Vehikel ist ein reines Elektrofahrzeug. Also warum hat das dann hier einen Tankstutzen? Ja nun, was ich vorhin schon entdeckt habe, ist das hier. Warum ich mich schon gefragt habe, warum ist... Was ist das? Was tut das da? Nun. Man füllt hier Sauerstoff ein. Der wird hier gelagert, unten drin. Hier wird er durchgeleitet. Vielleicht wird er sogar hier gelagert. Und dann wird er hier reingeleitet. Und hier, in dieses Teil hier, in diesem Ventilator, dieses Teil hier, ist das Lebenserhaltungssystem. Und der Sauerstoff in diesem, oder das Sauerstoff-irgendwas-Gemisch in diesem Lebenserhaltungssystem wird hier befüllt. Ich sehe, ich sehe, ich sehe, ich glaube, ich habe es erkannt. Weil das ist definitiv verbunden hier unten. Der untere Aufbau ist auf beiden Seiten identisch. Das Ding ist miteinander verbunden. Also, das ist definitiv das, was vom Einführstutzen kommt. Alles klar! Nice! Na? Ich glaube, so genau hat das auch keiner mehr gutachtet. Gut. Wieder fünf Minuten, viel zu viel Zeit verbraten. Next. Haben wir hier ein paar Komponenten. Und die ganzen Komponenten sind ja inzwischen alle schon vorhanden. Die älteren Vehikel, wie zum Beispiel das Cyclone hier, die haben das alles nicht. Das muss hier alles auch eingebaut werden. Gut, der Einführstutzen kann man sich sparen. Das hier ist ja alles offen. Das hat definitiv kein Lebenserhaltungssystem. Hahaha. Aber halt, Radar zum Beispiel. Das Ding hat ja einen Radar. Der muss hier doch irgendwo eingebaut werden. Eventuell noch ein Personal Storage. Keine Ahnung, ob das einen haben wird. Aber potenziell könnte da noch einer reinkommen. Aber mindestens ein Radar muss noch rein. Äh. Das Power Plant. Okay, gut. Vielleicht ist hier der Motor das Power Plant. Potenziell. Möglich. Dann müsste man aber trotzdem hier vorne noch irgendwo eine Funktionalität einbauen, um an das Power Plant ranzukommen. Welches dann hier drin sitzt. Ich glaube aber, der Cyclone ist motorisiert. Er klingt zumindest auch ein bisschen so. I don't know. Vielleicht irre ich mich auch. Könnte auch elektronisch sein. Nur zusätzliches Sound. Keine Ahnung. Ja. Dann haben wir hier hinten eben. Wir haben hier ja zwei Knöpfe. Rear. Hier hinten fährt der hier raus und kann eine Kiste graben und wieder einfahren. Hier kommt das eine SCU. Dann haben wir hier das Power Plant, das richtig geil ausfährt. So richtig geil gemacht mal wieder. Hat ein Problem. Wenn das hier unten ist, können wir die Kiste hier nicht rein- und rausfahren. Das blockiert. Das zweite SCU, das ich ganz am Anfang erwähnt habe, das kann man hier in die Zange reinnehmen. Das Vehicle selbst ist nur mit einem SCU angegeben. Also ja. Nur das hinten. Dann kommen wir auf die andere Seite. Hier haben wir noch den Computer. Irgendwas muss das Lebenserhaltungssystem hier steuern. Heißt aber auch, weil das außen ist. Wenn es sich einer hier drin versteckt, kann einer hier draußen mit einem sicheren Anzug hin. Kann hier. Zack. Computer rausnehmen und das Lebenserhaltungssystem funktioniert nicht mehr. Also man kann einen hier drin einfach umbringen. Heißer Scheiß. Dann haben wir hier, das sollte man vielleicht auch mal noch anschreiben, ein Storage. Das Knopf ein bisschen sehr schwer zu erreichen ist. Äh. Da. Mist. Da. External Storage. Und. 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 Und das hat keiner von den anderen begutachtet. Es hieß im Q&A, dass das Vehicle ein Personal Storage und ein Waffen Rack haben wird. Jeder anderer YouTuber hat sich gefragt, wo ist das Waffen Rack? Man hat vermutet, weil es aussieht wie in der Gladius, dass es hier sein könnte. Aber keiner hat's getestet. Und siehe da. Bam. Es ist eine Waffenhalterung. Und ja, es ist eine fixe Waffenhalterung, die einfach unsichtbar ist. Ich zeig das kurz. Wir kennen die Waffenhalterung ja hier so als Zangen, ja? Die Waffen werden hier in die Zangen reingelegt. Dann haben wir die Gladius. Dort ist auch so eine Zange drin. Die liegt einfach hier drin. Jetzt haben wir es hier. Oh, ich seh's gerade. Zack. Waffe in der Hand. Place. Bam. Liegt einfach sauber drin. Das hab ich jetzt allerdings gerade erst auch gesehen. Denn, denn ich hab das jetzt die ganze Zeit so gemacht. Place. Ich hab herausgefunden, dass das eine andere Haltung hat, weil ich's so gemacht hab. Okay, der hat jetzt nicht funktioniert, weil ich's schräg genommen hab. Warte, nochmal. Place. Ich hab das nämlich so, so versucht. Genau, jetzt. Jetzt soll er, will er ihn ja eigentlich vorne reinlegen. Zack, aber er legt ihn hinten hin. Dadurch hab ich herausgefunden, dass hier tatsächlich eine Waffenhalterung schon drin ist. Auch wenn, die meisten meinten, da ist nix drin. Aber, ne? Ist auch keiner nur mit einer Waffe rennen. Wir haben hier sogar ein Place. Wir können hier effektiv schon eine Waffe placen. Jetzt probier ich sogar noch das hier. Okay, aber nur eine Langwaffe. Faustfeuerwaffe geht hier nicht placemäßig rein, wie wir hier gerade sehen. Warum hast du die auf den Boden geschmissen? Also. Wir sehen. Für Faustfeuerwaffe haben wir keinen Platz, aber für Langwaffen. Und sogar mit Place-Optionen einfach drin. Es ist effektiv ein Waffen-Rack. Also es ist nur unsichtbar. Das Ding ist allerdings, dadurch, dass es hier jetzt nicht per Zange ist, sondern eine Schublade, ein Schubfach, ist hier potenziell noch Platz drin. Also man könnte, das funktioniert zwar aktuell noch nicht, aber wenn dann die, die, die... das Object-Container-Streamin alles richtig, richtig enthalten ist. Und das alles funktioniert. Dann können wir hier... Hey. Hä? Ah, ich hab Drop gedrückt. Schlapp-Place. Fuck. Hey, hey, hey! Dann können wir hier... Die Faustfeuerwaffe, die ja keinen effektiven Platz dafür hat. zum Beispiel hier hinlegen. Ein bisschen weiter rein, das blockiert hier jetzt, weil es nicht funktioniert, aber ihr seht, worauf ich hinaus will. In der Zange würde das nicht gehen. Aber hier kann man auch eine Faustfeierwaffe einfach reinlegen dazu. Oder da das hier jetzt eine kürzere Waffe ist, können wir jetzt hier zum Beispiel eine Munitionskiste noch reinlegen. Also ein Munitionspäckchen. Das ist natürlich unglaublich geil. Was man hier hoffentlich dann auch reinlegen können wird, ist der Traktorstrahler, den großen, mit dem man dann auch die NSU-Kisten stapeln kann. Dadurch würde das Vehikel dann auch die Funktionalität erhalten, dass man das stapeln kann. Gut. Dann, was das Vehikel besonders macht, so ein bisschen, sind diese Gitter hier. Hier kann man aktuell vier, in den Bildern sind es drei, also sagen wir, drei bis vier pro Seite, von den kleinen Handkisten platzieren. Das geht auch per Place, also so wie hier, wenn wir so eine Kiste in der Hand haben, so eine Delivery-Kiste, dann haben wir hier auch die Place-Funktionalität. Ohne dass wir hier Place und dann irgendwie versuchen müssen, sie da rein zu platzieren. Wie das mit die Loot-Kisten ist, weiß ich nicht so genau, aber die kann man dann halt, selbst wenn sie nicht per Place hier direkt rein platziert werden können, automatisch, kann man sie manuell reinlegen. Na, das geht. Das ist natürlich geil. Gut, dann gehen wir Enter Driving Seat, dann gucken wir uns jetzt noch das Fahrverhalten an. Zuerst einmal eben hier, raus manövrieren, absolut kein Problem. Zapp. Wie ihr hört, das ist Batterie betrieben. Kein Motor. Also, kein Verbrennungsmotor. Die Geschwindigkeit ist eher so mittelmäßig, aber das will nicht schnell sein. So Kisten zu transportieren, wird damit immer noch schneller sein, als zu Fuß mit dem Traktorstrahler. Dann hat das Ding eine perfekte Höhe für die Star Runner. Während dem Fahren ist die Wendigkeit auch so mittelmäßig tatsächlich, aber im Prinzip. Wenn du wirklich wenden musst, zack. Zack. Ja, und dann hier noch zu den Zangen. Die pläuen wir mal. So, wir haben jetzt gerade gesehen, sie fahren ein bisschen hoch. Das Ding ist, meine Vermutung, ist, dass sie hier jetzt noch ein paar Zentimeter weiter hochfahren können. Das wird sich allerdings auch mit der anderen Funktionalität beißen. Und zwar, wie wir hier sehen, und das müssen sie einbauen. die Zangen klappen ein. Ja, die Zangen klappen ein. Sie winkeln sich also nach oben an. Beziehungsweise sie haben die Funktionalität, sich nach oben anzuwinkeln. Wenn wir hier an der Rampe stehen an der Rampe stehen, so wie sie jetzt sind, wenn die Kiste gerade drin ist und oben und unten aus der Zange rausguckt, dann eckt sie hier an der Rampe an. wir haben aber gesehen, wir haben die Funktionalität, dass diese Klammern sich anwinkeln können. Wenn diese Klammern also die Möglichkeit haben, beziehungsweise ich muss anders sagen, sie müssen diesen Klammern die Möglichkeit geben, wenn man eine Kiste trägt, sie um ungefähr bis zu 30 Grad anzuwinkeln, damit man sie eben hier angewinkelt auf die Rampe hochfahren kann. Sprich hier, man geht hier hin, winkelt an, fährt hoch, nimmt den Winkel wieder weg. Ein weiteres Indiz dafür, dass sie das auch können werden, ist die Fahrerkabine. Die hat so einen Knick drin, extra meines Erachtens nach, extra, damit die Kisten eben auch angewinkelt werden können, ohne dass sie irgendwie von der Kabine blockiert werden. Meine Vermutung und Hoffnung ist, dass man diese Klammern um ein paar Grad anwinkeln kann, damit man da eben Rampen hochfahren kann. Denn, klar, man kann nicht stapeln, aber wir können hier reinfahren und dadurch, dass wir uns um 180 Grad nicht 180 Grad dadurch, dass wir uns auf der Stelle drehen können, sind wir in der Lage, die vordere Kiste abzustellen, die Zangen einzufahren und uns um 180 Grad zu drehen und die nächste Kiste nebendran zu stellen, rauszufahren und rauszugehen. Das heißt, für die ersten Kisten können wir tatsächlich reinfahren und diese auch mit dem Vehikel reinstellen. Dann zu stapeln brauchen wir einen Traktorstrahler, ja, aber ein paar Kisten, die erste Reihe im Prinzip oder wenn man halt eben nur so zwei, drei, vier Kisten überhaupt mitnimmt, kann man die direkt mit dem Vehikel reinfahren und abstellen. Dann braucht man nicht einen Traktorstrahler und dafür ist es natürlich wichtig, dass man die Zangen anwinkeln kann und damit man die Rampen hochfahren kann und diese auf der Stelle Drehbarkeit ist dafür halt auch sehr wichtig und genau weil man das auch kann, gehe ich davon aus, dass man eben auch anwinkeln kann, dass das Fahrzeug ist effektiv in jeder Hinsicht darauf ausgelegt, dass man das kann, dass man sich innerhalb eines Schiffes damit bewegen kann. So, und parkiert. Das ist halt alles das Geile an dem Leben. Viele Leute unterschätzen das meiner Meinung nach. Aber ja, zu meinen Ich glaube, ich muss es noch ein bisschen weiter rüberstellen. Egal. Zu dem, was ich denke, wie das Vehikel genutzt werden kann, kommen wir dann im zweiten Video. Für dieses erste Video, das ist auch schon wieder viel zu lang gedauert, hat trotzdem, obwohl es sich nur um so ein kleines Fahrzeug handelt, war es das jetzt. Mein Grundfazit ist, ich mag das Ding. Es ist wie die Star Runner. Es ist vielseitig nutzbar, vielseitiger, als die meisten wahrscheinlich annehmen werden, weil ihnen die Fantasie so ein bisschen fehlt. Das Design ist cool, es ist geil gemacht und ich hoffe, dass wir den Schrank, wo man die Waffen reinlegt, noch öfter in dieser Weise zu sehen kriegen werden. Gut. Würde ich empfehlen, uns den zu kaufen. Ja, dann kommt natürlich darauf an, was ihr für Dinge tun wollt, wenn ihr mehr kämpfen wollt, dann nein. Wenn ihr Großfracht Händler sein wollt, beziehungsweise halt eben viel Fracht umherfahren wollt, nein. Aktuell ja. Aber ich vermute mal, dass wir irgendwann noch größere Fahrzeuge kriegen werden, die mehr als nur zwei SU-Kisten bewegen können. Sowas wie die Ballista und die Legionnaire oder war die Legionnaire oder war die Legionnaire jetzt das neue Schiff? Ach, keine Ahnung, auf jeden Fall das, was die Ballista hat und den Truppentransporter von diesem Aufbau. Könnte ich mir vorstellen, dass es da dann auch eine Variante geben könnte, wo man rechts und links drei bis vier von diesen 1SU-Kisten reinlegen kann. Also sechs bis acht insgesamt wären das dann. Wenn du also wirklich Frachttransporter sein willst, würde es sich dann eher anbieten, so etwas zu nehmen, weil du einfach mehr Kisten auf einmal von Lagerort zu Schiff und wieder zurückbewegen kannst. Aber wenn du Allrounder sein willst, viel mit sowas wie einer Star Runner rumfliegst oder 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 eine Cutlass oder irgendwas so in diesen Größenordnungen, obwohl eine Cutlass ist schon fast wieder zu klein. Also nehmen wir wirklich eine Star Runner. Wenn dein Hauptschiff die Star Runner oder etwas in dieser Größenordnung ist, das viele verschiedene Möglichkeiten bietet, dann ist das Ding absolut hilfreich. Dann ist es eine absolute Kaufempfehlung. Klar, es ist so in einem Nischenbereich, wo ich es absolut empfehle, aber ja, es ist eine relativ große Nische und eine, die ich persönlich tatsächlich bespielen will. Also ja, ne? Deswegen habe ich dieses Ding auch gekauft und ich habe auch nicht vor, es wieder abzugeben. Gut, damit verabschiede ich mich von diesem Video. Wir sehen uns in einem anderen wieder. Bis denne und möge die glücklich sein mit dem, was das Ding macht oder euch ein anderes holen.